Papa, kommst du mitspielen? Oh ja, süße, ich komme gleich. Okay, gehst du schon mal vor? Ja. Okay, hey Leute, 2018, die Saison hat gerade begonnen. Ich war am 24. März unterwegs in Vilsäck, in der Oberpfalz, auf Burg Daggestein, bei Anita und bei Edi und ich muss es euch ganz ehrlich sagen. Das war eine Hochzeit, wo ich mitnehme. Für die ganz große Liebe ist es niemals so spät. Film ab. Ja, Riko macht das toll. Riko hat Bombe gesungen. Schöne Musik, schöne Begleitung, guter Gesang. Und ist auch noch nett. Ja, sieht gut aus. Uns taugt es voll, weil es ist prima. Und wir sind froh, dass wir dich genommen haben. Ja, und die anderen haben auch schon gefragt, wo habt ihr denn den aufgetrieben? Ja, es passt einfach. Ich kann ihn nur weiterempfehlen. di-Mari May it be an evening star Shines down upon me May it be when darkness falls Your heart will be true You walk a lonely road Oh, how far you are from home Morning, oh truly, believe in you We'll find your way Morning, oh truly, believe in you A promise lies within you now May it be the shadows call Will fly away May it be your journey on To light the day When the night is overcome You may rise to find the sun Morning, oh truly, believe in you We'll find your way Morning, oh truly, believe in you Morning, oh truly, believe in you Now A promise lies within you now Oh See you next time Untertitelung des ZDF, 2020